Zeit, um real zu werden! Ok, und ich mache? Ich komme mit, ich komme versetzt. Ich warte kurz 2-3 Sekunden, dann komme ich hinterher. Ah, da ganz außen willst du durch den Tunnel oder was? Ja. Ah, komme ich mit. Das ist glaube ich gar nicht so dumm, wenn wir Sniper als Gegner haben durch diesen Tunnel hier zu rennen. Ich würde sagen, wir rennen komplett auf die andere Seite, oder? Ja, Totenstelle drin, dann geht's los. Totenstelle, ja. Das Schlimme ist ja hier, das gibt's nicht. Oh! Nein, der ist hinter... Black Noir, 7%. Umdrehen. Der kommt zu dir, der kommt zu dir. Nice. 93er Bonus, Alter. Ich glaube, das reicht nicht mehr bis zu mir. Oh, nice. Okay, gut. Du bist wieder okay, Soldat. Ich habe deine erste Hilfe. Ja, oh, bei uns, oh, bei uns. Tot. Ich brauche mal kurz Heilung. Ja. Die haben uns jetzt aber hier... Bist du tot? Die wissen jetzt, dass wir hier... Ne, 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 ne. Deswegen müssen wir erstmal weiter rennen. Ja, wir müssen erstmal die Position verlassen, genau. Jetzt... Achso, wir sind jetzt schon am Ende, okay. Ich checke nochmal kurz den Gang hinter uns. Hier ist der Nächste. Wir gehen in den nächsten Graben rein, würde ich sagen. Ja, ja. Dass wir erstmal von der Bildfläche verschwunden sind. Hab ich die... Wo ist denn die Bombe? Die hast du? Hab ich? Ja, ich sehe die Blinken. Weil ich... Ne, bei mir blinkt es jetzt nämlich gar nicht mehr auf dem... Ah, doch jetzt. Jetzt sind wir quasi hinter denen hier und spawnen. Ich gehe mal davon aus, dass wieder ein, zwei, also diese Sniper halt bei diesem Basketballplatz sitzen. Aber das Schlimme ist, die Taktik können wir nicht nochmal bringen, ne? Ne, da gehen wir andersrum. Und, schon irgendwas gefunden? Ne. Alter, der scheiß Wind ist so laut. Wir können ja mal... A blenden, oder? Ja, ich würde trotzdem gerne zumindest auf einer Seite die Häuser kontrollieren. Oh, ich wurde beschossen, ich wurde beschossen, ich wurde beschossen. Von wo circa? Vom Basketballplatz? Von wo weiß ich nicht, ich habe auf der Karte nichts gesehen. Also ich würde trotzdem gerne mal hier zumindest ein Haus kontrollieren, bevor wir hier blenden, damit wir... eine sichere Position haben, um das zu verteidigen. Oh, oh, wo kommt's her? Der nächste ist da. Okay, nice. Der andere hat irgendwie geschrien von dem Ornament aus, also von dieser Mitte da. Heizt dich? Einen Gegner haben bloß noch. Oh, fuck! Ich wurde gesnipet. Ähm, auf dem Haus von B, wo B drin ist, das Haus. Kommt jetzt runter. Ist unten an der Hausecke. Läuft umher, sucht, sucht. Kommt jetzt zu dem Gebäude, wo du grad drin warst. Nice, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hast du vier Mann weggeholt, oder was? Jetzt haben wir zwei Leute. Mhm, ne, wir haben fünf. Achso, wir sind voll. Äh, wir sind voll, gut. Haben wir schön die Runde geholt. Aber wieso haben wir dann sechs Kills bei fünf Leuten? Da wurde ja einer wiederbelebt, oder? Nein, kann... Ne, eigentlich... Wir haben eigentlich alle einzeln weggeholt. Die im Graben, da konnte keiner wiederbeleben. Aber das war die allererste Runde und wir haben sechs... Kills beide, also zusammen. Ach, ich bin hier, der Chef sogar. Krass. Ähm... Du hast die Bombe? Ja, ich geh nochmal durch den Graben. Okay, ich geh diesmal wieder auf den Balkon. Achso, ne, die ganzen Sniper, ich komm mit, ich komm mit. Ich geh mal über dir lang, ich geh über dir lang. Okay. Falls da einer oben reingesprungen... Ja, ja. Das war aber, glaub ich, einer von uns. Zumindest wurde niemand markiert auf der Karte. B ist safe, kommst du legen? Ich komm zu B. Bei B ist aber auch ein Bewegungssensor, also wir müssen... Ah ne, das ist unsere, okay, unsere, unsere. Oh, ich wurde besnipet. Komm rein, ich hau dir direkt ein Paket. Dankeschön. Sprengsatz zum Einsatz. Sprengsatz zum Einsatz. Sprengsatz zum Karten. Sprengsatz zum Einsatz. Der Sniper ist weg. Ja. Ich sitz hier oben in der Ecke. Oh, Julo. Okay, nice. Bleib da. Ich hab den Gang gegenüber von mir. Also Richtung... Ich bin hier in diesem, ich bin in dem kleinen Räumchen da. Also von unserem Spawn weg gedacht, sozusagen. Ja, ja, ja. Ich seh dich doch. Wir haben auch direkt vor einem Gebäude einen Bewegungssensor Also wenn sie von da ankommen Dann sehen wir das auch Ist eigentlich gar nicht so dumm Gut, du bist da Ich sehe dich Von wo kommt Okay, da Vorm Platz Da einer down Oh, fuck Alter, Blendgranate Der wird nicht markiert Der muss irgendwo hier außen sein Oh, lol Ach so, fuck Bist du auch verreckt? Ja Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht Dass ich jetzt Bombe ja noch aufgeregt Aber ich glaube, den Dev kriegt man nicht reingedrückt Doch, doch Den kriegst du Ja Vorhin habe ich den aber auch nicht gekriegt, oder? Doch, der kommt jetzt erst später Jetzt ist er da Alles, Dreck Da habe ich jetzt aber überhaupt gar nicht mehr gedacht Aber kann das sein, dass eigentlich das komplette Team Ah, nee, dann ist Ich dachte jetzt das komplette Team war damit aufgegangen Ich gehe jetzt links rum Nimmst du die Bombe? Wenn ich sie kriege, ne Ich bin zu weit weg Ich kriege die auf jeden Fall nicht Ich kann es probieren Ich war da für viele Ah, nee Du willst jetzt ganz außen über den Basketballplatz oder was? Okay, warum machen? Ich bin hinter dir Du bist ja ganz, ganz außen lang, ja? Von mir aus? Ja, da ist jetzt schon einer hoch Da ist jetzt schon ein Gegner hoch Ich hole mir trotzdem nichts hin Ich mache Unterstützungsfeuer von oben Der ist da Ah, tot Der tot oder du, der? Nee, nee, der, der, der Die Sprengladung ist an Einsatzziel Bravo angebracht Hä? Irgendwo vor mir ist einer Ach du Schwein, Alter Tut mir leid Vor uns war noch einer Ja, ich bin schon unterwegs Ich sehe ihn noch nicht Ich glaube Hey B Hat er mir A gebetet? Oh ja, stimmt Nee, er hat B Wir müssen zu B Ich geh hinter den Gebäuden durch Der, der ist von, von der Küste Ja, ich habe, ich habe beide gesehen Ich habe beide gesehen Also gespottet Beide tot Ah, nice Oh, du Ich kriege die Krise Du Hoden, Alter Aber die standen auch seitlich Zumindest haben wir vorne geguckt Also die haben mich nicht gesehen Das war Ich habe auch gesehen Die haben die ganze Zeit Auf diesen einen Eingang, glaube ich, gegeiert Free to kill war das Was gibt es für ein Battlepack? Es gibt ein Battlepack? M416 Achso A-Squad Diffuse hast du MVP, oder? Bekommen, ja Warte, ich habe Doch, musst du, ja MVP, ja MVP? Der Spiel Mir macht der Spielmodus Spaß Ja, der Modus macht echt Laune Aber der hat halt teilweise noch so Überkrasse Bugs Naja, das mit den Waffenwechseln Das ist doch Das beste Beispiel Ja Oh, Goldmodebahn fand ich In dem Modus finde ich sie ganz gut Na, ist ja quasi Einfach nur Häuserkampf oben Ja In dem Dorf So, ich trinke mal einen Schluck Mach das Mach das Mach das Der, äh, der Rote Von Fanner Jetzt sind wir 5 gegen 2, oder was? 5 gegen 2? Oh ja, shit Ah, ne Da ist einer rübergewechselt Ja, na gut 4 gegen 3 geht Sind trotzdem noch eine Überzahl Was eigentlich nicht fair ist Der eine Siehst du das unten links? Ah, ne So, ja Bin ich auch am Überlegen Da geht der noch ein bisschen, ne? Also, ich weiß gar nicht Wie lange geht denn der noch? Das weiß ich gar nicht mehr Ich flirrsch richten Mauer wieder Ja, ich komm mit Ich guck mal, ob da jemand durchrennt Da, einer ist durch Also, einer rennt da gerade Wir müssen, wir müssen planten, ne? Ne, ne, die müssen planten Ich hab B im Blick Ah, der liegt da, der liegt da, der liegt da Ah, fuck Vor dem Haus ist einer angehittet Tot Nice Nicht auf mich schießen, bitte Das war übertrieben schlecht gerade für mich Warst du das? Ne, ne Ähm Ja, den angehittet hab ich ja Das war von mir Oh, fuck Hier ist ein Bewegungssensor Mach dir mal einer die Bombe, Alter Aua, 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 aua Oh Ach, scheiße Und ich stand daneben Ja, ich stand daneben Ich hab ja gerade versucht, die zu entschärfen Achso, du warst das Ja, ja Ich wollte gerade rausrennen, weil ich noch zwei Gegner gesehen hab, der Karte Ne, direkt hinter mir war gerade einer Deswegen hab ich den Diffuse gerade schon abgebrochen Wollte mich drehen und dann genau in dem Moment geht die hoch Habt ihr wieder A-Lash machen wollen? Ich schätze mal schon Sonst ist hier oben rum zu gehen? Oben rum? Achso, da ganz oben Achso, da ganz oben Ja, da kommen wir zumindest zu A Relativ safe Wollen wir das machen, oder was? Ich versuch Lass uns zwei das mal versuchen, ja Ja, ja Machen wir das mal Don't try this at home Don't try this, ja Go, motherfucker Jetzt kommt der andere auch noch mit auf Keine Ahnung Das ist, äh doch Ne, der geht so mit jetzt Ich flasche direkt runter zu der Mauer hier Okay, ah, ist noch keiner Oh, da ist noch keiner Der Bombenträger Bombenträger ist da Gut, ich hab die Bombe im Blick Nice Mal den Laser ausmachen, dass er es nicht gleich sehen Kannst du hier die Tür rechts? Warte, ich bin gerade in einem anderen Gebäude, weil ich möchte zur Bombe rushen Sarazon ist da, grüß dich Oh, hier, da kommt einer, da kommt einer Hab gespottet, äh Habt ihr gespottet, ne Okay, down Hier, Hilfe Sarazon ist dabei, ja Sarazon ist mit drin Willkommen im Video Willkommen Oh, haltest du, okay Down Muss mich kurz heilen, hab relativ kassiert War der nicht gerade da? Ich werbe meine Granate Bist du jetzt an der rechten Tür von uns? Ne, ich guck gerade durchs Fenster Richtung A Sarazon, der Tür im Blick Warte, 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 ich hol den Typen weg Der ist, wir haben gleich gewonnen Ah ne, es ist noch eine Runde Äh, noch ein Typ Scheiße Dort? Ne, 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 ne Der, aber ich weiß wo der ist Und der sitzt aber hinter dem Stein Ich treff den nicht, also seh den nicht Ah doch, also Down Ist nur noch einer Und der ist Richtung B Glaube ich Das kann der nicht mehr Das schafft er nicht mehr, ne, ne Wir sind jetzt hier in dem Haus drin Der muss jetzt, wenn, dann schon noch alle vier Leute innerhalb von, keine Ahnung, zehn Sekunden mehr kommen Ich glaube aber, der ist irgendwie in die Richtung da Ist aber noch im Haus drin mit hier Ja, ja, ne, das passt schon Ich vermute den nur und will den gerne abfangen Oder guck gleich hier raus Oder da Ich seh roten Laser Von wem ist der? Der ist bei B Da sitzt der Ich renn nicht hin Ich lass den da sitzen Oder? Ah, der hat sogar Nicht dahin rennen Der hat sie vier unten an der Treppe geplattet Hab's gesehen? Sitz einfach noch auf der Treppe und wartet, dass wir kommen Tod Ach Mensch Ach Mensch Ach Mensch So, letzte Runde jetzt 5-0 Boom Boom, motherfucker Na gut, der find ich den letzten bei mir besser Ja Wir sind ja gerade eigentlich so Wo ist denn Zarazon? Da ist Zarazon, Zarazon, Zarazon Was hat er, was spielt der? Der steht neben dir Wo denn? Achter Bleib mal stehen, Junge Bleib doch mal stehen ACWR glaube ich ACWR mit Schalldämpfer Cobra Visier Eigentlich fast genau wie ich die spiele Auf B den Rush jetzt Oder auf A? Ich würd sagen, wir machen nochmal dasselbe, oder? Können wir den AK-5C eigentlich mal wieder einpacken? Ja stimmt Also Overpowered Karabiner schlechthin Der ist richtig Ich bring jetzt hier den Hügel direkt wieder runter Leg meinen Arsch an die Wand Und guck dann erstmal, ob jemand langgerusht kommt Ah lol, sind ja schon Leute da, hier von uns Okay Wir sind alle bei A Ja, Claymore ist direkt auf der Bombe geblendet Also auf A Wir müssen verteidigen Wir müssen verteidigen Die werden bestimmt B blenden jetzt Ja, müssen sie im Grunde Also hier ist ja keine Sauer Die sind bei B Ich sneak mich hinten rum wieder Ich seh den, der liegt Oh, die sind da in dem einen Gebäude Zwei Stück Ach, fuck you Ich hab, ey Lol, Junge Och, mit C4 Was bist denn du für ein Mutterficker, Junge Ja, jetzt hab ich den endlich mal Der Bombenträger liegt auf meiner Leiche Also Zwei Meter hinter meiner Leiche Oh, fuck, fuck, fuck Hä, sitzt der da jetzt noch oder nicht? Der Bombenträger ist da drüben Er ist denn ausgeschaltet? Ja, ja Aber ich hab ewig gebraucht Oh, fuck, da kommt da nichts Ah, alter, ich bin grad Oh, fuck Hallo Ach, scheiße Danke, da kannst du ihn nicht machen Ah Aber wir haben eh gewonnen Oder, ja Kann der maximal ein 4-2 werden Wie viele sind von uns noch am Leben? Ich bin noch im Deathscreen Sarazon und der Ja, das machen die doch, oder? Wir gucken mal, Sarazon zu Der freut sich bestimmt, wenn er dann sich selbst zuschauen kann Da, über Mach die weg, mach die weg Oh, schade Aha Ey, ja, spiel die 1-1 wie ich genau Mit angewinkelten Griffen Oh, der ist viel zu hoch geguckt Viel zu hoch Ne, du Sarazon, du musst Druck machen Du hast ihn angehittet Du bist in der Vorteilsposition Du musst Druck machen Geh drauf Du weißt, wo die Bombe liegt Du weißt, wo der Typ ist Du musst jetzt Druck machen Ja, jetzt hat er sich wahrscheinlich schon geheilt Das Heiler ist das Oh, lol Oh, was war denn das? Also bei mir schaut er die ganze Zeit auf die Wand Bei mir auch? Jetzt kommt er unter die Untertür 3, 2, 1 Jetzt runterspringen Der geht zur Bombe Der ist unter die durch Der rennt, der rennt Du hör Kauf den Headset, Sarazon Empfehle ich dir Das lohnt sich wirklich Der rennt jetzt gerade zur Bombe Der hat die kleine Aber der hat den durch die Wand angehittet? Ja, also Bei mir hat er die ganze Zeit auf die Wand geschaut Und hat auf einmal einen Hitmarker bekommen Ja Achso, die Bombe liegt auch noch im zweiten Stock Also eigentlich ist die wirklich relativ Der ist jetzt gerade hochgelaufen Habe ich nicht gesehen Warte, habe ich Oh, oh, nein, nein, nein Da ist er nicht Gut, gut, gut Der macht es aber spannend hier, Alter Oh, oh, Kanade Renn hinten in den Hof rein Renn jetzt gerade hin Der weiß, der weiß, wo du bist Was, was war das? Alter, der macht ein paar Aktionen Alter, richtig krass Das ist nicht Action Play, ja Mach die Tür zu Da oben Da war er Ah, schade Scheiße, war schade Er hätte die Runde holen können Er hätte, als er den angehittet hat Hätte er Druck machen müssen Da hätte er einfach drauf gehen müssen Dann hätte es geklappt, glaube ich Und da sind wir mal wieder am Ende angekommen Und mit jemandem im TeamSpeakDefuse zocken Macht gleich doppelt so viel Spaß Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bye, bye Und ciao